Mann! Jungs, los dich! Jungs, los dich! Ey, hast du einen Skin? Ich erlöse auf jeden Fall. Ey, Leute, ich hab keinen Skin, aber ist es auch gut? Ach, scheiß Bot, Alter, schon wieder so ein No-Skin. Was habt ihr gegen No-Skins? Ich hab einen Skin, Mann! Du bist einfach lost! Aber ich hab einen Skin! Bist du lost? Ey, ey, Leute, Leute! Ey, Jace und Leon, Jace und Leon! Ich hab einen Bistick Scheiße, Alter! Ey, Jace und Leon! Ich hab einen Bistick Scheiße! Ey, beruhigt euch mal, ey, beruhigt euch mal! Ich will kurz... Ich hab einen Skin, Alter! Ey, Alter, guck mal wieder heiß! Ein Junge, der spielt auf Xbox und heißt, äh, der Ghost Deezer! Ey, sag du das Quatsch, oder was? Bruder, was ist? Du willst nicht Go, weil du Go-Gamer hast! Ich hab einen... Ja, aber dafür hab ich mehr Skins als die. Ja, das ist recht, mein Skill ist gut und er ist viel wert. Aber mein Skill ist besser. Der Skill macht alles krass. Oooo, oder? Ich hole einen B partout. Dann zeige ich euch, wer einer der Bessere ist. Ja, ok, ey! Ey, bruder, ey, Leute! ich hab dich ich hab dich vorgab gettet alter nun mal an und danach machen wir wollen und so ein möchtiger mann da kommen doch der junge märz mehr als deine ich gebe kein geld aus weißt warum ja die gar guck mal der steht die ich dann machen bei mir seiner das klub bei mir aber eine eine karte wie weiß ich mich auf ihre alles ist da und das was Komplett. Oh, wir kommen hin, wir kommen jetzt! Rockshade. Ah! 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 Ich bin jetzt da! Ich bin jetzt da! Ich bin jetzt da! Ich bin jetzt da! Also, wir sind in der Lobby! Warte, dich! Mach mir ein NOSCUM, Jungs! Ja, Mann! Der hat... Junge, da kann ich mir schön meine Kniescheibe lecken, Leute! Ok, jetzt kommen uns alle gehehltes! Was machen wir jetzt? Ok, jetzt kommt der... Er wird ja der Blut im Box halt, komm! Ja, also was wollt ihr? Okay, komm, weißt du, Digga, wir machen die Klappen. Wollt ihr gerne? Wir machen die Klappen, wir machen die Klappen. Wir machen die Klappen, wir machen die Klappen. Ja, Digga, ey, ich mach der Lieblingstanz. Ihr denkt jetzt, als wie wenn ihr die Besten seid. Seid ja, Wanne. Ey, wir klappen, wir klappen, wir klappen. Wir klappen, wir klappen. Wir klappen alle, alle klappen. Seid ihr in die Klappen? In die Klappen? Ey, ey, ey Leute, seid mal ganz kurz leise. Ich mach kurz den Lieblings-Song, okay? Mhm. Warte. Ey, Jungs. Jungs. Hm? Ihr müsst die Stimme erinnern mich an jemanden, der richtig krass ist. Ja. Hier, dein Lieblings-Song. Gibt ihn eine Papp und er trifft nix. Gibt ihn eine Snackle. Der Fortnite-Loop-Song Ex gab für dich. Halt deine Fresse. Mh. 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 Mach' Boxback. Mach' Boxback. Mh. Leute, ich steh auf Masken seiner Weite. Na er will doch auf ihn zu loben. Ja, da kann ich gehen. Mach'n Sie doch in Ruhe ihr Wechser! der warte 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 du hast ihn Oh, Dicker, du ist ein Laser. Oh mein Gott, Alter. Das ist nicht so, ich werde euch schon holen. Ich habe keinen Schlafen mit dem No-Skin, Alter. Sorry, Mann. Ey, No-Skin, No-Skin. Jetzt war ganz in der Sonne-Beneiderung. Hast du einen Wind oder nicht? Ja, einen. Willst du aber noch rein? Leute, guck, da bin ich zu viel Wind. Ich weiß nicht, zu viel. Weißt du? Ey, Nero, wer ist da? Komm her! Ey, ich finde No-Skin ist eigentlich okay, aber... Nein, Nero, komm! Komm her, du bist nicht! Ich mag dich nicht! Bruder, er ist eigentlich schon voll süß, Alter. Ich hab dich, aha! Wo soll No-Skin? Na, komm her! Verpissen dich, verpissen dich! Jetzt geh weg! Nee, 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 nee! Ah! Ja! Ich hab' mein Versterben! Bruder, ich hab' Ich... Hi! Mann! Mann! Uh-Hu-Hu-Hu! Ich will doch nur das! Äh, hin! Los, Kim! Ey! Ey, alles gut, alles gut, ey! Ich hab nicht meinen Win und dann macht ihr euch alle über mich löschtig. Jetzt halt's den Maul! Jetzt verpiss dich, du und John! Lass mich über meinen Schild dabei! Ey, will ich einen Win haben? Nein, ich will so den Arsch für dich nicht. Jetzt verpiss dich! Hi Martha! Na, wir anlaufen einen drauf, gelala! Hier, hier, hier! Nein, nein, ich weiß schon! Hallo! Hi, wie geht's? Na? Nein! Jason, keiner hat dich gefragt, er ist verleidigend. Jetzt kommt mehr die Scheiter! Ich schweiß dich! Ah, 5 Minuten! Ah, 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 ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ey, warte mal kurz, warte! Ihr seid alle schlecht, und ich hab' nicht genug geloopst! Alter, lol! Wer hat dein Möbelkern aus Möbelkern? Nein, nein, nein! Ich mach' Gegensatz zu dir, kann ich was! Oh, nee, warte mal kurz! Halt's Maul! Halt's Maul! Halt's, du bleib'n Scheiße! Halt's, du bleib'n Scheiße! Halt doch, du Schantal, alter! Auf dich, Chantal! Halt's, du bleib'n Scheiße! Ich hab' dich ohne Scheiße! Ich hab' dich ohne Scheiße! Du kommst mir nicht ohne Scheiße, Bläzzy! Du kommst mir nicht ohne Scheiße, Bläzzy! JEMI! Was ist ja Bläzzy, Digga! Sei leise! Was ist JEMI, Du Schals? und zwar werden wir uns für eine weise interessieren also wir haben schon zwei ein mädchen und ein weibchen und würden gern noch ein mädchen nehmen und wir hätten gern ein weißes ist das weiße mädchen warten sie gut hier ist so ein mann der sagt irgendwas über eine weiße katze oder so und sie kaufen wie hast du eine weiße katze ja okay 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 komm lobby kommen lobby kommen lobby okay komm lobby und zeigt eine fake nippel skin alter ich hab mir zu mann anrufen der sagt er will von der und kakt 2 eine weiße katze alter kaufen so jetzt zeige ich dir okay okay hier alter hier hier nennen hier alter kommt ja jetzt kommt er somit banane ich zeig dir jetzt okay aha seid ihr bereit für renegade was für renegade a la kondo die kam es ist daran wenn er geht ich meine ja das möchte gerne ich hab's geht es oh ey ich geh jetzt ähm lobby guck ich hab ich hab's geht es was leute 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 ey auflösung hallo hm Leon es kann ich nicht immer geh schnell ran geh du ran geh du ich geh nicht immer geh jetzt geh du ich geh nicht dann ja auch heute wollen wir einmal ein Video machen und dann muss man immer klicken schwarz also leute jetzt wie die die nutzer unterhaltung so jetzt wieder die nutzer unterhaltung ja und ob niemals genauso können die können nichts dafür wenn sie keinen skin haben und hier. Haut rein, Leute. Ciao, ciao.